Christoph, erzählst du es mir nochmal, bitte? Was das ist, was du da gemacht hast? Das ist ein türkischer Roboter. Er hat ein Schiff, wo das Essen drin ist. Und er reist durch die ganze Welt. Er reist nach Afrika, nach anderen Ländern und Kontinenten. Der Roboter will andere Menschen versorgen mit Essen. Manche Menschen haben nicht so viel Essen. Das ist super, das ist eine super tolle Idee. Finde ich ganz schön, Christoph. Dankeschön. Magst du was sagen, was du gemacht hast, Montana? Also... Wenn du möchtest, du musst nicht. Also ich habe jetzt so ein Bild gemacht, das zeigt, dass ich nicht nur vom Allland unbedingt, sondern auch von verschiedenen Ländern gemacht habe. Und... Einfach jetzt so schöne Bilder ausgeschnitten, mir auch was Eigenes eingefallen lassen habe. Und jetzt alles am Alkothek hat. So als ein Bild. Super, das ist sehr schön. Gefällt mir gut. Danke. So viel habe ich nicht geklebt. Sehr schön. Und ihr beide? Ah, ihr seid mal voll feste dran. Okay. Dann komme ich später nochmal wieder, wenn ihr euer Bild geklebt habt. Und Christiana. Das ist auch sehr schön. Magst du was sagen zu deinem Bild? Nein. Du musst nicht. Wenn du nicht möchtest, musst du. Okay. Arlen, möchtest du noch was sagen? Ja. Okay. Sehr schön. Vielen.